Musik Musik Die Parkkirche ist dem Heiligen Mischof Nikolaus gereinigt. Als Kinder danken wir unseren Vorfahren und Menschen, dass sie den Patronen genommen haben. Der Hermes-Teufel. In der Maikammer bei Dünnwald hielt sich der Hermes-Teufel auf. Alte Leute wissen noch viel von ihm zu erzählen. Er war aber kein Böser, sondern ein friedlicher und freundlicher Geselle. Wann erscheint der Jäger? Wenn die drei Gräten kommen, im Frühjahr oder die letzten drei Tage im Herbst? Wenn die Gräten kommen? Diese Antwort ist richtig. Die Sage der fremde Mönch An einem Frühjahrsabend kommen drei Klosterbrüder den Weg vom Emberg herunter. Sie hatten das Kapellchen am weißen Mönch geschrubbt und wieder geschmückt. Aber gebetet hatten sie nicht. Weder vor noch nach der Arbeit. Die Sage derảmung An Founder Ach't Ai Wie 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 wie